In Genkingen schlagen seit Jahren die Türen im Wind. Diese Zeile von Werner Herzog war die Achse, um die sich meine Idee drehte. Wer hatte mitbekommen, dass dieser große deutsche Regisseur 1974 auf einem Fussmarsch durch die Ortschaft Genkingen kam? Wer in Genkingen kennt das Buch vom Gehen im Eis, in dem Werner Herzog Genkingen mit einem Satz erwähnt? Wer kennt Werner Herzog? Seine Filme? Hallo, ihr Baulastpakt! Und war dieser Fussmarsch von München über Genkingen nach Paris nicht Auftakt für eines der gewaltigsten Spektakel der Filmgeschichte? Das hat es auf jeden Fall noch nie gegeben, dass man schief den Buckel nachgezogen hat. Den Genkingen schlagen seit Jahren die Türen im Wind. Die Türen? Ja. Also da wurde das abgeschlossen oder was? Also mir war es unbegreiflich irgendwie, was das für ein Sinn sein sollte. Fühle der Unsinn, was sie da vorhaben. Also das, was sie vorhaben, das ist ja der helle Locust. Bescheuert. Ganz einfach. In dem Film geht es darum, dass irgendeiner versucht, einen Fluss hochzukommen. Mit einem Schiff kommt dann eine... Wie wäre es 35 Jahre später, die Geschichte mit dem Schiff und dem Berg neu zu erzählen? Ein Schiff aus den Tiefen des Schwäbischen Dschungels, mit dessen Ureinwohnern, den Hausberg hinaufzuziehen. Diese zentrale Metapher zu wiederholen. In Genkingen, mit Genkingen. Das sind alle bereit. Das sind alle bereit. Ingenieur. 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 Oh, 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 oh!